Deswegen würde ich mal sagen, machen wir mal eine Runde. Wenn ich diese Dinger finden würde, da. Da ist ein Living Ship. Hallo? Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Ja, beim letzten Mal ist es geschehen. Wir haben 20.000 von unserem verdienten Quecksilber herausgegeben. In die, nö, nicht in die Tonne, aber wir haben es rausgegeben. Und haben uns dafür ein neues Rüstungsset, möchte ich sagen, geholt. Wir haben uns umgekleidet und wir haben das leere Ei geholt und noch zwei solche kleinen Atlas-Statuen. Die ich eigentlich noch ins Schiff einbauen wollte. Was ich aber letztes Mal nicht mehr gemacht habe. Was kostet das denn? Bloß Kohlenstoff. Okay. Echt? Nur Kohlenstoff? Nice. Die wollte ich mal beide eben installieren. Und soweit ich weiß, geben die sogar auch so einen kleinen Bonus, diese Dinger. Ich weiß nicht, ob das hier mit bei steht. Ne, steht nicht mit bei. Aber ich glaube, die haben tatsächlich ein bisschen Hyperantrieb-Reichweite gegeben. Wenn mich nicht alles täuscht. So, das wollte ich auf jeden Fall machen. Fregatten einholen wollte ich machen. Und es gab einen kleinen neuen Patch zwischendurch. Und zwar den 262er. Der nämlich die Dungeons wohl ein wenig erweitert hat. So wie ich es gelesen habe. Zumindest was der Atmosphäre her... Der Atmosphäre herzunehmen sein soll. Weil da soll jetzt irgendwie Nebel sein und was weiß ich alles. Man soll irgendwie Blaupausen in diesen Dungeons jetzt finden. Für diese neuen Komponente. Für die Basenbaugeschichten und so weiter. Und das möchte ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ach nein. Oh nein. Äh. Okay, alle Metallplatten bitte in die Lagerbehälter. Dankeschön. So. 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 Ähm. Deswegen mache ich gleich mal folgendes. Ich habe ja beim letzten Mal noch so eine... Koordinaten von... Äh. Hier... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-bolo geholt. Und... Und... Und, und, und... Äh. Wollte... Da dann nächste Atlasstation bereisen. Und halt dann... Hoffen, dass langsam der... Äh. 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 Jetzt fehlen mir gerade die Wörter. Äh. Die Wörter. Äh. Dass das... Ja genau. Das lebende Ei sich langsam ein wenig... Ausweitet quasi. Und... Die neuen Dungeons möchte ich dann heute auch noch angucken. Also quasi... Irgendwie so alles... Alles nebeneinander. Von allem so ein bisschen. Und... Was war das da für eine Kugelwahl? Aber nur Granit. Aber was hat... Was hat der gerade getroppt? Ach, Kryopumpen. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Und Granit natürlich. Und aktivierte Indium-Sachen. Und das hier. So. Jetzt kommt alles mal weg da. So. Die haben wir noch. Und theoretisch dürften wir ja jetzt mittlerweile, glaube ich, alle Fregatten... Auch auf S-Rang haben. Na schade, dass ich noch keine Frachter-Schrott-Komponenten durch das... Holen dieser... Geschichten hier gekriegt habe. Oh, ich muss unbedingt das Inventar aufräumen. Ich muss gleich mal wirklich gucken, was ich daraus sellen kann. Und dann müsste ich einfach mal alles... Aufräumen und wegschmeißen und was weiß ich. Das muss ich auf jeden Fall mal machen. Weil sonst laufe ich wieder konsequent über. Und das wäre nicht so schön. Nein, du bist immer noch auf A. Warum? Schäm dich. So. Äh, nee. Zwei Unterstützung, bitte. Zack. So, nochmal Handel. Handel, Handel, Handel. So, du kommst mit zur Strafe. Beim Handelsschiff. So, halt immer noch nicht alle auf A. Ja, also bald erst. So, Kampf, 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 Kampf. Unterstützung. Sack. Und... Ich müsste auch mal die Frachter-Upgrades irgendwann installieren. Das will ich aber vordrücksweise machen, wenn ich... Industrie war es. Okay, wenn ich, äh... Wenn ich den S-Frachter habe. Wie lange das jetzt dauert, weiß ich allerdings noch nicht. Ich muss dazu halt erst mal überhaupt, äh, einen Tag finden oder überhaupt mal so eine Session haben, wo ich dann länger als... Äh, hier die, 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 die... Ähm... Drei Stunden mal spiele, um diesen, äh, Frachter-Spawn mal zu triggern. Ich glaube, dass das so war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm... Ah ja, genau, ich wollte, äh, das Inventar aufräumen. Da wollte ich mich schon fast wieder konsequent vordrücken. So, du kommst weg. Du kommst weg. Ihr alle, bitte. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Weg. Äh... Ja, das kann auch erst mal weg. Was kann denn hier noch schön weg? Ihr könnt weg. Ja, ich... Die wollte ich eigentlich für eine Needle refinden, aber ganz ehrlich... Äh... Weg. Was noch weg? Weg, 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 weg. Weg. Das Aktivität Union brauche ich nicht im Inventar. Die 26 Salz müssen auch nicht sein. Euch kann ich eigentlich auch verscherbeln hier. Diesen einzelnen Kristall kann ich verscherbeln. Die kann ich verscherbeln. Und... Ich glaube, das reicht dann erst mal soweit. Ein bisschen was am Platz müssen wir gut gemacht haben. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Sehr schön. Damit kann ich was anfangen. So. Da oben ist noch ein Platz frei. Da oben auch. Und... Das war's. Aber das dürfte reichen. An Platz erst mal. So, und jetzt möchte ich unbedingt diese Noggle-Statue im Schiff sehen. Ich muss sie sehen. Es ist ganz dringend. Es ist ganz, ganz dringend. Jetzt. Zeig sie mir. Ah, da unten steht die Artemis-Statue. Wo ist die Atlas-Statue? Eine kleine Art... Oh, Artemis. Wupp, 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 wupp. Wow, 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 wow. Wo ist die kleine... Aber wo ist diese kleine Atlas-Statue? Moment, kann ich die sehen im Schiff? Foto-Modus. Kann ich die Kamera-Ansicht ändern? Weiß ich nicht. Hier, Raumschiff-Ansicht wechseln. Ja, das wollte ich aber auch nicht. Ich wollte... Hm. Anscheinend kann ich nicht in diese, äh... Komplette Ego-Perspektive gehen. Keine Ahnung. Oder ich bin gerade zu blöd dazu. So, auf jeden Fall... Wenn beim letzten Mal alles richtig gelaufen ist... Obitar-Station-Koordinaten-Empfang. Genau, quatscht mich jetzt diese Tante hier voll. Die liebe Siri. Und sagt, ich soll nach Unlen-Loop-Di für die nächste Atlas-Station gehen. Das tue ich dann doch auch mal direkt. Da könnte nämlich dann vielleicht auch endlich die, ähm... Stern-Geburt-Quest starten. Das würde ich selber grüßen. So, da sind wir auch schon. Und... Oh. Ähm. Meine Noggle... Mein Atem ist es weg. Meine Noggle-Statue-Atem ist es weg. Jetzt ist die Atlas-Statue da. Wupp, wupp, wupp. Okay. Reicht dann auch. So. Atlas-Schnittstelle. Hineinander. Da können wir dann gleich endlich wieder Atlas-Worter lernen. Da freue ich mich drauf. Endlich wieder Atlas-Worter lernen. Atlas-Worter. Ja, Atlas-Worter. Gib mir Atlas-Worter. So. Plupp. Wir sind gelandet. Halleluja. Lasse uns Atlas-Worter lernen. Hui. Atlas-Wort für hinterlassen. Atlas-Wort für... Für gar nichts. Atlas-Wort für... Für, 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 für... Für liegt. Der Atlas, der liegt auch mal gerne in der Sonne. Das bedeutet auf jeden Fall, äh... Weiß ich nicht. Irgendwas Gutes. Dass der in der Sonne liegt. Außerdem mag er es dann auch, wenn er in der Sonne liegt, sich dringend zu mixen. Und zwar nie mit Alkohol. Ganz wichtig. Nie mit Alkohol. Denn das überkommt dann... Da überkommt sonst die Nacht über die gesamte Galaxis. Wenn der Atlas nämlich in der Sonne liegt und ein alkoholisches Mixgetränk zubereitet. Außerdem. Müssen wir jetzt dafür sorgen, dass das nie passiert. Das ist ganz wichtig. Wenn das jetzt nämlich passiert, dann... Kommt nämlich eine neue Krise auf uns zu. Sehr wahrscheinlich. Und dann nämlich eine Krise auf uns zu. Und dann müssen wir uns Fragen stellen, wie wir das wieder... Hinbiegen können. Denn dann können wir nämlich nicht mehr hierbleiben. Dann brauchen wir unbedingt ganz dringend Zuflucht. Und eine Sandfläche, wo wir uns dann hinlegen können mittens am Getränk. Das wären dann die Wörter, glaube ich. Da hinten ist noch eins. Da ist noch eins. Okay. Okay. Aber ganz wichtig ist, wir müssen dem Atlas auch weiterhin dienen. Das dürfen wir nie vergessen. Wir müssen dem liegenden... Dem Atlas, der im Sand liegt, dienen. Da fällt mir gar nichts ein. Das soll auf jeden Fall so sein. So. Okay. Hallo. Die V-C-S-I-Wokas-Abstraktion. Okay. Sach an. Äh, ja. Geil. Roke. Rett ziehen jemelosenes Yul Gakosmen. Aha. Was man einmal gelernt hat, hat man nicht mehr vergessen. Ich fürchte, ich habe zu viel gesehen. Ich errasche flüchtige Blicke auf die Zeit vor der Zeit. Okay. Ich gehe die Geburt des Ersten... Ich sehe die Geburt des Ersten Sterns. Ich sehe die Dinge, die in ihm gewohnt haben. Die Augen, die alle sie beobachten. Ich sehe, was der Atlas im Moment seine Aktivierung sah. Atlassteine sind kleine Steine. Diese Station ist keine Station. Ich bin nicht, was ich zu sein glaube. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass ich existiere. Ja, da geht das schon wieder raus. Bin ich existent oder nicht? Lasst es mich mal wissen. Existiere ich wirklich oder bin ich nur ein Fehler in der Matrix? Ha, ha, ha. Okay. Dem Atlas ist das egal. Der Atlas verlangt nach seinem Klagelied eine erhabenen Wiederholung. Hier, Curiosity, bitteschön. Ich lege meine Angst ab und nehme den Weg wieder auf. Die Reise ist das Einzige, was zählt. Die Bestimmung ruft nach mir. Die unendliche Bestimmung, an einem Sandstrand zu liegen. Mit Mixgetränken, die nicht alkoholisch sein sollten. Denn das könnte eine Krise machen, in der wir uns Zuflucht suchen müssen. Das habe ich heute gelernt. So. Okay. Wir suchen einen alten Freund. Warum? Die Atlasquest oder hierfür? Hoffentlich hierfür. Moment. Im Protokoll haben wir... Vielleicht kann ich damit die wunderschöne neue Living Egg Quest ja mal starten. Oder Living Ship Quest. Living Egg. Dann hole ich doch mal die Anomalie eben hierher. Das machen wir mal eben. Und gucken mal, ob ich jetzt was von Brode und Nala erfahren kann. Über dieses Ei. Oder ob ich wieder was über Atlas erfahre. So. Hier ist auf jeden Fall Hochbetrieb. Ganz klar. Das ist eine Fragezeichen-Mission. Aber... Ich muss zu Nala und Polo. Hallo. Vlupala. So. Bereits in einer Gruppe. Ja, ich will aber hier mit dir bitte reden. Nala sieht immer gerne neue... Danke. Du... Willst du mit mir reden? Coole Sache. Spezialist Polo. Du hast mit Nala gesprochen. Freude. Neue Ankünfte. Neue Freude. Polo die Wahrheit sagen. Sprich nicht, mein Freund. Nala erzählt mir alles. Erster, letzter. So ist es nun mal. Manche Dinge will ich nicht erfahren. Achso, er will die Wahrheit nicht wissen. Okay. Dann gib mir mal eine neue Atlas-Station. Danke. Aber irgendwas mit Starbirth gibt es hier jetzt noch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl. Muss das Living Egg ins Inventar? Ich weiß es noch nicht. Mado. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich bin da zu doof zu. Sorry. Da habe ich mal eben kurz, äh... Äh, was habe ich jetzt gemacht? Nein, nicht Einladung senden. So was mit dem Nexus reden. Danke. Äh... 513 an Need für, äh... ...Kum... ...Leg... 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 Deswegen möchte ich mir die mal anschauen. Mal gucken, was es da Neues gibt. Weil da soll es ja jetzt irgendwie Nebel und so weiter geben. Und neue Blaupausen. Deswegen... ...wenn ich mal sagen, machen wir mal eine Runde. Äh... ...wenn ich diese Dinger finden würde. Da. Ähm... Da ist ein Living Ship. Hallo? Wir hören dich, Reisende. Wir sind miteinander verbunden. Dein Körper ist unserer. Hä? Iiii. Äh... Iiii. Äh... Ich bin aus Versehen auf F12 gekommen. Dieses Schiff ist anders als alles, was ich bisher gesehen habe. Es sieht lebendig aus. Wacht mich nicht, wie ich auf F12 gekommen bin. Es überträgt reine Musik. Und doch verstehe ich die Worte, die in meiner Wahrnehmung von der Musik erzeugt werden. Das leere Ei, das ich in der Weltraumanomalie überhaupt mache, scheint die Schwingungen zu erwidern. Die Töne, die zuvor Wörter gebildet hatten, verändern nun ihre Gestalt und wandeln ihre Musik in lesbare Navigationsdaten um. Alter, die Musik dazu ist voll cool. Koordinaten wurden an die Systeme meines Raumschiffs übermittelt. Aha. Es ist also geschehen. Wir haben die Quest jetzt endlich getriggert. Für das leere Ei. Jetzt hat es anscheinend sogar noch so eine neue unruhige Kuriosität. Aktives, leeres Ei. Alles klar. Hä? Flüchtiges Raumschiff? Wo? Wo ist das flüchtige Raumschiff? Da hinten irgendwo? Hier ist es. Äh. So, äh, wo waren wir denn? Verfallenen Frachter suchen. Okay. Also dann... Äh, warte mal. Ach, das sind zwei Schiffe. Ach so. Dann kommt neuer hier. So. Äh, darf ich das, äh... Darf ich den Frachter jetzt suchen, bitte? Dankeschön. So, und beim nächsten Mal, äh, machen wir dann bei dieser... Quest auf jeden Fall mal weiter. Mal gucken, wie das dann abläuft. Ich hab das noch nie gemacht. Das ist komplett neu für mich. Ich bin da überhaupt nicht, äh, in irgendeiner Art und Weise erfahren, was das angeht. Aber ich möchte mir jetzt gerne erstmal das neue Dungeon anschauen. Was hier so vonstatten geht. Bin mal gespannt. Sollen ja so irgendwie neue Nebeleffekte und so da sein. Ich bin auch immer gespannt. So, die Reparatursets möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Also, weil ich weiß, kann man damit, glaub ich, einfach kaputte Technologie einfach so reparieren, wie man lustig ist, quasi. Und das ist natürlich sehr schön. Notfallvorräte nehme ich natürlich mit. Und dann mal rein. So, es soll ja irgendwie Nebel geben. Neue Nebel und neue Blaupausen soll es irgendwie geben. So einen atmosphärischen Nebel. Oh, ja, ich glaube, ich erkenne das sogar so ein bisschen. Ja, doch, man kennt das echt so ein bisschen. Also, der Raum hier ist auch eigentlich ganz cool. Äh, wo, was hab ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich... Äh, was mach ich denn mit Y? Der macht irgendwas, wenn ich Y drücke. Okay. Was macht man damit? Ich weiß es nicht. Äh, ich wollte eigentlich... eben, äh, hier mal so reinfloppen. Äh, wenn ich mal zwischendurch so ein paar Thumbnail-Möglichkeiten ausschöpfen möchte. So, das kommt mir auch alles schon wieder ein bisschen bekannt vor hier. Ich mach das auch wieder so wie letztes Mal. Ich werd diese Dinger so lange lesen, bis wir diesen Pass kriegen. Und dann werd ich die versuchen zu ignorieren. Entität Kugel auf Maschinenbau wurde wegen... Ah, na, 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 Strafmaß, sieben Tage. Geile Scheiße. Krass. Hast du nicht gemacht. So, 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 so. Susi. Expeditionsereignisprotokoll folgt. Wir wurden im Botarchs-System von Piraten angegriffen, die uns für eine unbewaffnete Expedition hielten. Wir aktivierten unsere Waffensysteme und zerstörten die Angreifer. Danach holten wir bei den Behörden des Systems ein Kopfgeld ab. Nice. Keine Aktivität auf dem Landstrecken... Landstrecken-Scannern. Maino-Wo-Sektor am Reinen. Maino-Wo. Die Waffen- und Verteidigungssysteme der Expedition wurden bei einem Piratenangriff an die... Uh... Die... Die... Ok. Was? Sektorhauser-Gerechtsgesetz. Okay. Wir gerieten unter schweren Beschuss. Okay, cool. Cool, cool, cool. Daten habe ich keine gekriegt. Hier geht es aber auch schon direkt in zwei Richtungen. Hier geht es jetzt weiter. Ah, es ist ein infiziertes Dungeon. Ach, du Scheiße. Jetzt, wo sie die ganze Zeit nicht da waren, habe ich mich beschwert. Aber jetzt, wo sie da sind, hätte ich es lieber nicht mehr. So, was gibt es hier? Auch nichts Tolles. Protokoll. Zugriff auf Überwachung und Wartungsprotokoll. Ereignisseintrag folgt. Sensoren, Fehlfunktionen im Frachtraum 3. Resultat, Brücke alarmiert. Kamera offline im Hauptbrücken. Hauptbrücken, genau. Resultat. KI-Kernbinder einträchtigt. Parasitenbefall im Fracht... Sicherungsraum. Resultat. Shade-Links-Bekämpfungseinheit 7 ist in Sand. Okay, gibt es zwischendurch Naniten, wenn ich in diese Loks reingehe, eigentlich? Könnte sein. So, hier haben wir vier Loot-Crates. Komme ich da ran, ohne das zu triggern? Nein. Nein. Okay, gut. So, da hinten ist ein Koffer. Nein. Nope. Ich habe damals ganz am Anfang gedacht... Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass, als ich das gehört habe... ...habe ich gedacht, dass hier irgend so ein riesiges Viech im Frachter trampelt. So wie bei Alien Isolation zum Beispiel. Das wäre ultra geil. Das fände ich übergeil. Zugriff auf persönliche Datenaufzeichnung von MTV... ...Jupni... ...Gang... ...Audio... ...Dat-Dat-Dat. Das Schiffscomputer ist folgt uns. Ich weiß es einfach. Ach, hier. Sind hier drin gefahren. Wenigstens gibt es genug. Nette Aufzeichnungen. Ja Vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann wirklich solche Monster Theoretisch können sie ja auch mal so zu Halloween so ein Stealth Update machen Und das dann einfach Einfach so ohne, dass es jemand merkt, reinenden Das wäre so krank Ne, nicht aufgehen, bitte Nur für den Käptensturm, Crewbewertung vor dem Abflug Technikentität, das hier ist glaube ich jetzt das mit dem Pass, richtig? Ne Okay, aber das gibt Naniten Wenn ich an diese Panels gehe, dann Ist das vielleicht doch gar nicht so doof, wenn ich da zwischendurch drangehe So, ein Photon, Kanonen, Modul C Nehme ich gerne mit Mehr Naniten nehme ich immer gerne So, hier haben wir wieder zwei Türen Und hier nochmal Forschungsprotokoll folgt Hat ein neuartiges magnetisches Element auf Keng X gesammelt Nicht in den invasierten Bewusstseins-Test durchgeführt Beordnung, Probe wirkt vielversprechend Experimente werden fortgesetzt Ah, jetzt habe ich es gefunden Großrechner Zugangskarte Alles klar Das heißt rein theoretisch könnte ich die jetzt überspringen hier So, da geht es normal weiter anscheinend Ich würde mal gerne so eine neue Blaupause finden Oder finde ich die auch am Ende erst Diese Blaupausen Das könnte natürlich auch sein In den Notes stand allerdings, dass diese Blaupausen in diesen Haupträumen, also in diesen Looträumen spawnen sollen Na, vielleicht Haben wir da noch Erfolg mit Ich fände es natürlich sehr schön, wenn es der Fall wäre Nein, 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 nein Hier muss ich wirklich mal anfangen das S-Tool abzugraden und diesen Plasmawerfer reinzumachen, da kann ich nämlich einfach plup-busch, plup-busch, dann sind diese Dinger weg. Muss ich mich nie wieder mit denen rumschlagen. Zugriff auf Aufzeichnungsterminal, das kennen wir alles schon, das sind immer die gleichen, bei diesen großen Terminals hier. Ja, und der Bio-Scan, der ist natürlich nicht erfolgreich, das kennen wir. Bio-Scan existiert nichts. Jetzt, jawoll. Danke sehr. So. Äh, Kiste. Danke, Kiste, 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 Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Da ist noch ein Schrank, den ich nicht geholt habe. Gewaltiges Zahnrad. Och, nee, ist schon wieder was ausgebrochen. Bleibt doch in euren blöden Nestern. Mann. Oh, ich mag doch keiner. So. Wo sind die riesigen Super-Kreaturen? Wie gegen riesige Bosse kämpfen. So, aua. Oh, da. Tschüss. Irgendwo läuft noch was rum. Eins soll hier noch sein. Nee, okay, das war das letzte. So, hier sind ja zwei verschlossene Türen. Da wird's wohl weitergehen. Was ist da vorne? Äh, da geht's runter. Okay, dann geh ich erstmal hier lang. Vor ich dann runtergehe. Oh Gott, ich glaub, ich muss gleich niesen. Bah. So. Ich hab mir ausgenossen. Hör. Das hier ist der kleine Lagerraum. Okay. Ha, ha, ha. Keine Ahnung, warum ich jetzt auf einmal so niesen muss. Allergisch gegen Hitze. So. Deswegen musste ich grad niesen. Ja, okay, von dem Fock. Weiß ich jetzt nicht. Also, man kennt es leicht. Man kennt so einen ganz leichten, äh. ganz leichten Fock, möchte ich sagen, aber jetzt so richtig ins Auge sticht der eigentlich nicht, finde ich. Echt, ist das ja irgendwie wirklich für, äh, nur bestimmte Räume irgendwie geplant oder ungesetzt worden. Das kann natürlich auch sein. Oh, was ist hier? Alter, das ist ja riesig hier. Der Raum ist riesig. Holy. Okay, hier gibt's ja ordentlich Lootkisten. So. So, 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 so. Da vorne geht's auch nochmal weiter. Da geht's weiter und da an der Ecke geht's weiter. Dann guck ich erstmal hier hinten. Irgendwo dürfte ja dann hier nochmal ein Miniatürchen-Lagerraum sein. Naja, hier nicht. Dann wird's da drüben sein. So, Lootkisten bitte. Nein, nicht aufsprengen. Ich bin friedlich. Ich bin friedlich. Ich sag, ich bin friedlich. So. Ah. Den ist das Käpt'n. So, zugriff persönlich ist protokoll erforderlich. So, der Käpt'n ist, äh, unbekannt. Ist akzeptiert. Das ist alles akzeptiert. So. Kadett Yitkar bin ich. Ja, der bin ich. Hallo. Beschädigte Wächter müssen abgeerntet werden. Sie müssen in den Garten gebracht werden. Also suchen wir. Die Drohnen können in dieser Welt dem Atlas nahe sein. Ihre Körper erinnern sich ans Fliegen. Gehen funktionieren. Sie sitzen still auf dem anormalen Erdboden. Sie träumen. Die Gartenwelt ist üppig. Ihre Samen keimen. Die Maschine erwacht. Es ist Zeit für uns, weiterzugehen. Ach, das Aeron-Kind folgt uns. Was zur Hölle ist denn ein Aeron-Kind? Selbst jetzt. Ein Schwarm an Erinnerungen, der von System zu System schwebt. Erinnert sich, wer für ihn sorgte. Erinnert sich an Korvax. Immer. Also pflegen wir den Garten. Also finden wir die Gefallenen. Die Wächter betreiben einen Garten? Aha. Das ist strange. Das ist strange. Aber nicht Doktor. So. Aha. Guck an. Strapazierfähiges Möbelstück. Geborgenes Basisteil. Ein herstellbares Basismodul, das aus den Trümmern eines verfallenen Frachters geborgen wurde. Aha. Sie existieren. Also doch. Okay. Also sind es doch diese Loot-Crates. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann dürfte das da hinten gleich der finale Raum sein. Wenn das hier hinten war. War das hier hinten? Ja, das war hier hinten. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh Gott. Moment. Berückt ihr euch? Glaube ich schon. Ah, da ist ein Schrank. Ah. Puh. Da ist auch noch ein Loot. Ach, scheiße. Nochmal so ein Ding. Und den Koffer möchte ich bitte mitnehmen. Dankeschön. Schnell weg. So. So, hier ist der finale Raum. Sehr gut. So. Ich hoffe, ich finde noch so ein paar. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt davon gibt. Ein paar sind es bestimmt. Also mit der Zeit, mit dem Grinden an sich selber werde ich bestimmt sowieso irgendwann alle haben. Also jetzt die Frage, was nehmen wir gleich? Soll ich ein Upgrade mal herstellen wieder? Oder soll ich wieder so ein Frachterschrott machen? Also Frachterschrott wird erst halt wichtig, sobald der Frachter da ist. Aber ich brauche den halt auch direkt, sobald ich den Frachter habe, für die ganzen Inventarplätze. Also an sich würde ich eigentlich schon gerne Frachterschrott herstellen. Das wäre schon ein ganz schnieke. So, das war der Frachter. Sehr schön. Jetzt habe ich tatsächlich mal geschafft, 34 Minuten bei Hitze aufzunehmen. Wahnsinn. Aber dann würde ich auch mal sagen, beende ich die Folge tatsächlich auch hier im Frachter schon wieder. Alter. Würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Like, einem Kommentar oder sogar einem Abo. Würde mich alles sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao. Kann man da durchschießen? Nö. Jetzt sind wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Scha inch triff. Tschüss. 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 Tர. Tschüss. Tschüss.